Ich weiß hier sowieso gar nichts. Holerö, Freunde! Es ist da, dieses wunderschöne Update. Ja, wir können jetzt hier noch viel, 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 viel mehr machen. Jawohl, so sieht es doch aus. Und dann muss der Maddy wieder raus aus dem Busch und wieder Mario Mega zocken. Das ist normal. So, dann schauen wir mal. Ich gehe mal in Spielen rein. Pass mal auf. Wir wollen jetzt erstmal eine Sache gucken und das muss ich jetzt mal nachhalten, weil ihr das wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Ich habe das im Livestream erzählt, ja, aber das ist für euch jetzt erstmal noch nicht einsichtig. Ihr habt ja gesehen, dass ich die Easy Street hochgeladen habe, ne? Mein Level. Hatte ich das schon erzählt? Ich glaube nicht, dass ich das schon erzählt habe. Aber ich erzähle es euch gerne nochmal. So, Statistik, Madbaron. Bevor ich den Level hochgeladen hatte, war mein Punktzahl über 4000, was Baumeisterei angeht. Oh ja, Nintendo Network auf jeden Fall gut. Oh, so stellt man sich das doch vor. Das war richtig gutes Zeug, genau. Nein, da musst du mal richtig lange suchen für. Richtig lange recherchieren. Ja. Nix gibt's. Ne, das machen wir heute nicht. Ich hatte mir verdreht... Ja, das ist ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten. Ja, was für eine Datenübertragung. Machst du doch sowieso nicht, du Sacknase. Ich versuche es nochmal. Neulich 1 vs. 1 gespielt. Linky Bill gegen mich. Und da wollten wir theoretisch ja auch Smash Brothers gegeneinander spielen. Hat auch nicht funktioniert. Ging auch nicht. So, Baumeisterei Punkte 3495. Ja. Die Easy Street hat es einfach weggekickt. Und ich werde jetzt... Jetzt ist das Experiment nämlich vorbei. Ich werde es nämlich jetzt löschen. Achtung. Und dann gucken wir mal, ob sich was verändert. Ja, See und Sauna ist jetzt das Neueste. Oh, ne, ne. Natürlich. Wenn ich einmal Minus kriege, bleibt das bei Minus. Da waren auch ein paar Arschgeigen bei. Zum Beispiel der Erste, der das gespielt hat. Jetzt ist es ja natürlich nicht mehr nachvollziehbar, wer das gewesen ist. Aus guten Gründen. Also, der hatte... Ich habe gesehen, es hat einer gespielt. Und es hatte dann direkt weniger Punkte auf meinem Konto da insgesamt. Das heißt, dieser Penner muss dann negativ bewertet haben. Ja. Gut. Ich mag sagen, dass ich das so gut gemacht habe. Das heißt, die Easy Street einfach so gut nachgeahmt habe, dass keiner mehr merkt, dass das nur ein Arschloch-Level, ein Quatsch-Level war. Aber, sagen wir mal ehrlich, wer würde sich denn auch die Zeit nehmen, um zu gucken, ob es dann wirklich so ist. Dann haut man direkt den Dislike rein und fertig ist. So. Okay. Ja, ich sehe hier gerade Maskenpflicht überall. Außer in Bremen. Da ist es denen wohl egal. So. Super Mist-Geworld. Gucken wir mal rein, wa? Man kann natürlich hier auch noch zusammenspielen. Oh, guck mal. Ja, das hat auch schon viele Likes. Guck mal, 82.360 Likes. Das muss gut sein. Scheiße muss gut sein. 1.000 Fliegen können sich nicht irren. Nicht irren. Oh. Hilfe! Oh, guck mal, wie Luigi da unten rum swaggt. Der hat Bock. Jetzt ist swaggt er nicht mehr. Was heißen denn die Ninjis? Heißt das, so viele Leute spielen hat gerade? Schon lustig. Ja, Nummer 1. Ja, wir können jetzt so Overworlds bauen. Das werde ich natürlich auch noch machen. Volcano at Night. Und dann direkt reingekickt mit dem... Äh, meiner Meinung nach falschen... Okay, warte mal. Das ist schon geil an sich. Oh, jawoll. Eigentlich... Äh, äh. Ja. Idee ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Und dieses Muster hier ist auch ganz schön. Ich kann hier einen Yoshi nehmen. Also eigentlich... Ich bin eigentlich... Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne? Habe ich nicht so viel Bock eigentlich auf... Ähm... So eine Welt spielen. Sondern ich würde eigentlich viel lieber... Selber was bauen. Okay, da kommen jetzt auch keine neuen Pilze mehr raus. Schade auch. So, aber ich kann jetzt zumindest Yoshi schießen. Ja. Wird das kontinuierlich mehr oder geht das wieder runter? Oh, ja. Gib mir mal ein paar extra Leben hier. Die gelten pro Welt, ne? Habt das gesehen? Das heißt, ich habe jetzt für diese World... 35.000... Äh... Nicht 35.000. 35... Leben. Und damit muss ich dann aushalten. Obwohl ich ja bestimmt immer wieder den Level neu spielen kann. Was ist Start Selecten? Geht das? Ne. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht auf Level Beenden drücken, weil der Level dann ja beendet ist. Und das wollen wir ja nicht. Okay. Und was das Schöne daran ist bei diesen Overworlds, das ist ein Programm für Leute, die sich actually auch mal Mühe geben mit ihren Leveln und Welten. Ja, das bedeutet, dass der Medi daran auch seine helle Freude haben wird. Okay. Double Kill. Ne. Aber schon nett, dass man hier immer wieder einen neuen Yoshi reingebumst kriegt. So was hätte es bei uns damals nicht gegeben. Oh, knapp. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ne, warte mal. Der ist doch bestimmt suizidal hier. Goomba. Ja, ist ein Level, ne? Okay. Ah, das finde ich interessant. Interessant ist einfach immer auch so ein Euphemismus für, ja, irgendwie geht so. Aber dass er das dann hinterher noch so blockt, finde ich cool. Oh, oh. Und hier müssen wir bestimmt rein. Metal. Okay, Boss Fight. Ja, ich zeige euch demnächst mal, was wir alle so neue Sachen haben hier. Ja, es gibt nämlich noch mehr als diese Overworlds. Okay. Wäre natürlich geil, wenn man so ein Fight so machen würde, dass du den Goomba, äh, was heißt den Goomba, den Baby Bowser angreifen musst. Aber den Bum Bum darfst du nicht. Okay, jetzt wird es ganz wild. Ja, jetzt kommt Enemy in Phase 2 hier rein. Wow. Wow, wow, wow. Und die neuen Updates sind für Leute wie mich, die jetzt einfach auch nicht so viel Bock eigentlich haben auf, ähm, Boss Fights. Nicht so cool. Allerdings hast du dann auch noch ein bisschen Variationen, oder denn? Okay. Ja. Ja. Ja, das Feuer-Duell ist schon geil. Aber auch ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob das Feuer-Duell hier... Es ist gut, ne? Aber ist es 83.000 Likes mehr? Das wage ich gerade mal zu bezweifeln hier. Dafür muss dann doch noch mehr kommen eigentlich. So. Ja, hast du ihn weg jetzt? Nö, komm. Ich glaube, ich übersehe irgendwas. Schieß ihn ab. Na. Okay. Jetzt ist der Yoshi wieder weggerannt. Aber dann nur für kurze Zeit. Nicht wahr? So. Durch. Jetzt, komm. Gönn mal rein hier. Gönn mal Exit. Also langsam, langsam ist zu viel. Langsam sind wir eigentlich auch schon gesättigt. Okay. Jetzt bricht der Vulkan aus. Das fände ich cool, ne? Ja. Ja, gut. Ne, bringt nichts. Okay. Ich mag ja solche Settings eigentlich ganz gerne. Vulkan bricht aus. Du musst ganz schön schnell durch die Gegend. Und dann muss der Level aber auch dafür gemacht sein. Immer wenn du dann so ausgebremst wirst, kriegst du so einen kleinen Mini-Herz-Infarkt. So von wegen... Ah, das kann auch nicht so richtig sein. Hilfe! Okay, der Schuss war gut. Und da habe ich ein bisschen Zeit rausgeholt. Oh ja. Die Passage hier fand ich jetzt sehr gut. Und jetzt sind wir durch. Fragt sich, warum man so einen Vulkan nehmen muss. Aber wir haben den Vulkan geschafft. Yo! I'm a winner! I'm a winner! So. Drei Minuten 28 ist möglich. Krass. Nun gut. Nun gut! Das wäre Level 1 von den Bums gewesen. Ja und so ist das jetzt alles aufgebaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spielen und Beenden drücke, darf ich dann hinterher hier nochmal weitermachen? Warte mal. Ich gehe mal hier in die Void World. Sagt ihr mir jetzt, ich muss die Alde dafür aufgeben? Darf ich das überhaupt machen? Oder ist das Internet gerade wieder nicht? Nee. We don't do that here. Internet? Nee. Wir sind ja bei Nintendo, Alter. Nix da. Super Kiddy Kid 69 World. Das ist die Welt, die ich haben möchte. Ja. Bam. Du musst nur einmal klatschen, dann wird das... Ja. Okay. Einige Leute nennen das Overworld. Ja. Kannst du machen. Was ist denn mit den Ninjas hier? Nee. Okay. Na gut. Da hat vermutlich jemand einfach nur dieses Pattern da versucht auszuprobieren. 100 Münzen Ziel erreichen. Kriegen wir doch hin. Locker. 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 It's me. Wo sollen denn die 100 Münzen sein hier? Erzähl mal. Ja. Okay. Ich gehe einfach nochmal zurück. Vielleicht ist da ja was. Ja. Nee. Da ist einfach gar nichts. Okay. Wow. So. Runner. Ah. Oh ja, Leute. Das ist... Haha. Level. PNG. Äh. Willkommen zurück in der Easy Street. Aber... Als Welt. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ich nehme mal die Dinger hier noch mit. Vielleicht sind die nächsten Level ja ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, als wenn ich... Ich weiß hier sowieso gar nichts. Und was fällt denn da die ganze Zeit runter? Hä? Großartig. Oh ja, Level. Das sind die Level, die wir sehen wollen hier. Das sind die Level. Yo. Level 1 geschafft. Geil. Weiter geht's Level 2. Ich will wissen, was das da für ein Pilzhaus ist. Ey, hallo. Waiting Game. Ja, richtig gut. Noch besser. Ah, jawoll. Ach, komm. Ach, das ist doch jetzt nix. Das, das ist doch... Ach. Hm. Nee. Ach ja. Hm. 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 Oh, jetzt wird's... Ja? Ja? Komm, ran hier, Bursche. Das ist doch kein Level. Andere Leute so, oh, ich mach mir voll die Gedanken mit meinem Level. Oh, eigentlich richtig cool. Oh, ich bin jetzt voll drin in den Bums. Null Sterne, vielleicht... Oder ein Like allerhöchstens. Und das hier... Ja! Waking game! Und guckst du rein, 17 Likes. Ja! 17! Das ist die Zahl, die wir sehen wollen. Und jetzt ist es mindestens einer weniger. Nicht cool, Kerle. Nicht cool. Okay, Level 3. Dieser wunderschönen Welt. Kann man so ganze Welten negativ bewerten? Das ist ja... Also wenn... Das ist ja schon ein richtiger Schlag ins Gesicht dann. Wenn jeder Level in so einer Welt einfach nicht gut ist. Ist ja wie bei so einem Teller. Da hast du dann immer so verschiedene Sachen. Weiß ich nicht. Hast du da... Hier, Rotkohl. Ein bisschen Kartoffelpüree hast du. Dann Steak. Und vielleicht noch so ein bisschen... Hier, Erbsen und Möhren und so. Da hast du immer mindestens ein Ding dabei, was du nicht magst. Und das lässt du dann liegen. Und dann bewertest du das schlecht. Aber den Rest gut. Aber den ganzen Teller schlecht zu bewerten. Na, das ist ja schon eine Nummer. So, dieses Rädchen macht mich wahnsinnig. Free Fallen. Alle Münzen, 100 und... Alle Münzen? Oh, Bruder. Alle Münzen. Alle. Ich darf keine liegen lassen. Und wenn das nicht wird, dann wird es halt nicht. Das ist nicht Free Fallen. Das ist... Oh, jawohl. Oh, ja. Und hier sind jetzt... Oh, hier ist ein extra Leben drin. Schön. Oh. Hm. Ja. Ah. Okay. Du musst es ja eigentlich... Zwei und dreißig Herzen? Haben die da ein anderes Level hier gespielt als ich? Oder was ist das? Ah. Ich bin wieder so. Ne. Ich habe einfach keinen Geschmack. Es ist einfach so. Es ist einfach mittlerweile so. Und da muss man sich auch keine Illusionen machen. Ich bin alt. Ich weiß nicht mehr, was der coole Shit ist. Ne. Gar nichts. Ne. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Blind Jumps sind offensichtlich cool heutzutage. Kann man machen. Und dann Soft Lock auch in Ordnung. Ja. Das macht man so. Soft Lock, ey. Guck mal hier. Da weiß ich doch gar nicht, was Anbach ist hier. Na. Dann geht es hier runter. Aber auch hier wieder. Keine Ahnung. Ah. Oh, Freunde. Das ist doch kein Level. Wenn du das auf Geschwindigkeit machst. Und dann... Oh, jawohl. Na. Ist das das Spiel, was ich haben möchte? Ich werde einfach mal mitfahren. Das wird mir hier hinterher... Oh, warte mal. Ne. Weißt du was? Wenn du... Und jetzt kommen hier die 100 Münzen. Och, jo. Es tut mir leid. Deine Welt ist leider Schmutz. Ist leider nix hier. Kann man... Ist nicht so cool. So, hier werde ich den Teufel tun. Oder... Warte mal. Ich muss hier runter. Ja. Geil. Yes. Wunderschöner Level. Wunderschön. So. Weiter. Ah. Okay. Ich darf da die Welt jetzt hier durchspielen. Vielen Dank. Aber ich will ja wissen, was das hier ist. Kriege ich hier einen Bonus? Vervollständige das Bild. Das werde ich nicht hinkriegen, Freunde. Das habe ich noch nie geschafft. Oh ja. Ist doch ein schönes Bild, oder nicht? Darf ich nochmal? Oder ist das jetzt... Ja, ist jetzt weg. Aber schöne Idee. Schöne Idee. Jetzt ist Castle, Leute. Jetzt das Castle. Oh yeah. Das sind die guten Spiele hier. Night of the Ship. Ich werde den Baumeister gleich melden. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, wie viel... 24 Likes. Oh ja. Aber eins muss man dem lassen. Es ist alles noch nicht so schwer gewesen hier. Es sind hier keine tausend Kanonen, die auf uns schießen. Kein gar nichts. Es ist einfach nur ein kleines... Oh jawohl. Ich frage mich, ob ich da re... Ja, danke. Yes. Ja. Alles richtig gemacht? Und jetzt noch mal den Autoscroller vom Anfang. Yes. Nice. Ein Stein, Alter. Das ist genau das, was wir wollen. Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe oft nicht, warum solche Sachen einfach dann so gut bewertet werden. Ich weiß es nicht. Es will in meinen Kopf nicht rein. Aber, ja. Dann hast du irgendjemanden gefunden, der da halt das gerne mag. Und dann reicht das ja auch, ne? So. Ne, das ist... Oh Gott. Ja, das ist nett. Och Mann. Ist das eigentlich ein blöder Level hier. Sag mal. Ja, so spielen wir das hier. Das ist die Grube. Da stirbst du dann halt. Ja. So ist das Level aufgebaut. Das macht am meisten Spaß. Wir lieben doch Mario Mega. Wir mögen es. So ist das Level doch. Ja, 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 ja. Bäm, 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 bäm. Ja, okay. Jetzt machen wir nochmal von vorne hier. Los. Okay. Ich hab einen Lauf. Ja, 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 ja. Okay. So, die schießen bestimmt... Ne, die schießen Geld. Das ist ja nett. Leute. Das ist doch von einem Siebenjährigen hier gebaut. Oh, ja. Oh, der jagt sich hinterher noch in der Säge. Oh, voll lustig. Oh. Okay. Ne, weißt du? Das war hier einfach gar nichts, KittyKid69. Das war einfach von vorne bis hinten blöd. Aber gut. Ich hab's wenigstens geschafft. So, was passiert jetzt? Werde ich dann in die zweite Welt geknallt? Das ist doch... Das hast du doch nicht gebaut. Da sind wir doch jetzt ehrlich. Spielen wir Enten? Ja. 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 Ja.